Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ja, es geht um das Intro und zwar hat das hier oben und unten etwas schwarzen Rand. Ja, und das Problem ist, wenn ich das... Das ist erstmal nicht schlimm, weißt du? Aber hier, wenn ich das mit Let's Play der Hellerringe, die Eroberung, zusammenschneide... Das war aber nicht immer das Problem, ich weiß halt die Fresse. Ich weiß nicht, wieso das so ist, auf jeden Fall ist dann bei Hellerringe auch oben und unten ein bisschen schwarzer Rand und ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas sehen wollt, also schreibt mir das bitte in die Kommentare und wenn keiner was schreibt, dann müssen wir selber entscheiden, aber ihr könnt euch das Intro natürlich immer noch selber angucken, aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall kein Vorwurf, an denen ihr das Intro gemacht habt, an die Semi-Fresh-LP auf gar keinen Fall. Mega geil, das Intro. Aber das ist halt so unser Problem und ja, schreibt mir bitte in die Kommentare und schaltet den nicht ab, denn gleich kommt noch ein Outtake. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, schreibt fleißig in die Kommentare und freut euch auf neue LPs und dieses Infovideo war sehr kurz, wie man seht, 1 Minute 5 und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play, Let's Play Eroberung, Let's Play Neues, Let's Play, was ihr nicht wissen werdet oder Let's Play Infovideo oder Let's Talk Infovideo und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt LP Rapsow, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo, ja, ich freu mich riesig drauf und Cred aquellos, dass man auch mal auf ich freue mich noch mal aufhört, flieg aufhört. Wenn gut weiß mir die Fr RecASso,皮 retain mich nicht controls und wag plaguemark dar, Ich schon mit diplomatisch zu dir, mit Vegan leven zu machen.